Hi Leute, ich bin's mal wieder und jetzt mit einem Video, ähm, ja, ich wollte jetzt mal eben ein kurzes Info-Video machen. Ähm, ja, also mit meinem Osguidat-Mog bin ich jetzt noch nicht weitergekommen, also ich brauch halt noch die Figuren-Teile, die, ähm, kann ich aber jetzt im Moment nicht bestellen. Ähm, ja, dann hab ich mein Star Wars-Mini-Mog, sag ich mal, fertig gebaut. Das wird eine Ruine sein, also auf vier grünen Platten, also nichts Großes. Und wo halt dann eine Menge Druiden angreifen und die Klone sich darin so verschanzt haben und dann auf Verstärkung warten. Das wird jetzt bald rauskommen. Ähm, dann hab ich noch, ja, das, da hinten das Korsanschiff stehen, ähm, das muss ich ja noch reviewen, oder hab ich euch ja gesagt, dass ich das mache. Ähm, das kommt auch noch. Und dann bin ich am 5. August zwei Jahre auf YouTube. Da freu ich mich auf jeden Fall schon drauf. Also zwei Jahre, das ist schon wirklich eine lange Zeit. Ähm, ja, ich hatte bis jetzt eine Menge Spaß, auf jeden Fall die Videos zu machen. Ähm, ja, hab auch so den einen oder anderen kennengelernt, sag ich mal, zum Beispiel Legos-Frost-Gerade-3. Das ist dann ja auch irgendwie schon wieder so eine lustige Geschichte ist, finde ich, dass man auf YouTube noch so, so gesehen noch Freunde findet. Das finde ich irgendwie lustig. Auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen doof anhört. Ähm, ja, ja, mehr wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ähm, ich denke mal, oder am besten frage ich euch das eigentlich. Ähm, wollt ihr als zwei Jahre Special auf YouTube dann einen Mock haben oder so? Oder irgendwas Spezielles, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr haben wollt. Wenn ihr nichts haben wollt, schreibt ihr einfach gar nichts. Oder, ja. Ja, ähm, ja, das war's dann jetzt eigentlich schon wieder mit dem Infovideo. Ist das jetzt ziemlich kurz. Ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich halt nur dieses sagen. Also schon mal jetzt schon mal Dankeschön für die tolle Zeit bisher. Und, ja, dann, ähm, sprechen bei uns im nächsten Video. Hören, sehen, was weiß ich. Ja, ähm, sorry. Ja, abonniert, bewertet und kommentiert und schau bis zum nächsten Mal.